Hier müssen wir einfach mal gucken, was wirklich Müll ist und was man noch brauchen kann. Und was meinst du, für den Anfang? Irgendwann machen wir da den Zaun einfach weg, aber dann springen wir Puh auf. Ja, die Zäune sind 2020 auch nicht mehr da. Ja, das ist wohl Brunnen hier. Aber wie gesagt, Wasser müsste man eigentlich auch sehr gut selber auffangen können. Und dann gibt's jeden Morgen Wasser und die ganze Nacht, und zwar richtig massenweise. Und was sagst du? Alles von mit Kletten. Also man kann ja nicht behaupten, dass hier nichts wachsen würde, ne? Ja, genau. Also, keine Ahnung, so zehn Leute kriegt man auf jeden Fall locker untergebracht, die hier haben dann ein eigenes Zelt oder ein Wohnmobil dann hier hinstellen können. Oder ein Wohnwagen, wie da hinten. Ja, das Wohnwagen. Vom Nachbarn. Warte, 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 warte. Das ist der Kai Hahn. Und der Pierre. Die schönsten Jungs auf Mallorca. Viel zu schön, um wahr zu sein. Viel zu schön, um wahr zu sein. Viel zu schön, um wahr zu sein. Zu sexy. Arm sexy hier in der Innenstadt. Vielleicht, da war ich noch. Gehen mal sexy. Muss ich doch ausziehen? Wie du machst das? Nee, ich möchte nicht. Später. Gehen wir mal. Oh, da liegt eine frische Zigarette. Wie war doch vorgestern noch eine? Zwiebeln und Zigaretten. Ja, so geht's. Zwiebeln. Tierzigarette, was braucht man mehr? Stuhl, Kippe, Zwiebeln. Sieht aus, als wäre ich noch nicht mal nass gewesen. Oh, die ist ja wie neu. Die Winston Long. Winston 100. Brätschen ist auch am Start. Brätschen. Geil, Alter. Ja, da können wir eine Kochsendung machen. Da nehmen sie eine Scheibe von Zwiebeln. Schmeiß sie auf den Boden. Ist egal, ist gut. Hunger. Kannst du probieren. Schmeckt nach Zwiebeln. Sehr gut. Satt für den Tag. Wenn man mit dem Kochen fertig ist, muss man alles überseite machen. Ja, aufräumen muss man auch auf jeden Fall. Und die Kippe danach. Ja. Ja. Schmeckt noch. Stimmt, mir. Also mir nicht mehr, ich weiß nicht. Also dem ich nicht mehr rauche, schmeckt das Tabaksteug irgendwie nicht mehr. Ja. Kann man machen. Zieht noch, ne. Ist ja wie neu. Hier war doch gestern noch einer. Ja. Müssen wir hier die Trablisa hier. Ich will mal sagen, dass wir hier aufpassen müssen. Ja, genau. Tito. Willst du ein Leckerchen haben? Ja. Willst du ein Leckerchen haben? Ja. Komm her. 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 Komm her.